Hallo Fußballfreunde und herzlich willkommen auf Kick-Off zum nächsten Trikot-Ranking und heute geht es um die WM 2022. In ein paar Tagen, Schrägstrich Wochen, geht es ja in Katar auch schon los und somit wird es natürlich auch mal Zeit, die Heimtrikots zu ranken. Wir haben 32 Shirts vor uns und alles heute hier in diesem Video, also gar nicht lange schnacken. Auch heute wieder wichtig, ich beurteile nur nach meinem persönlichen Geschmack und meine eigene Meinung kann logischerweise nicht jeden von euch widerspiegeln. Also ist eben nicht sachlich und deswegen beurteilt es für euch, wie ihr die Trikots findet, ob schön oder nicht. Schreibt es gerne in die Kommentare und noch einmal, was jetzt kommt, ist meine eigene Meinung. Also lasst uns reingehen ins Heimtrikot-Ranking der WM 2022. Eigentlich, wie angerissen, gibt es ja 32 Trikots, aber Kamerun und Iran müssen wir aus diesem Ranking rausnehmen, denn dort wurden immer noch nicht die neuen Trikots präsentiert. Möglicherweise werden die aus der Quali genommen, weil das auch noch nicht fest ist, glaube ich, beide einfach rausgelassen. Sprich, wir starten jetzt bei Platz 30 und das hässlichste Trikot bei dieser WM, zumindest was das Heimtrikot angeht, trägt meiner Meinung nach England. Und England wird mit seinen Trikots in die 90er Jahre zurückkehren, denn das Heimtrikot ist eine Anspielung auf das ikonische Shirt, das die Three Lions bei der Heim-EM 1996 trugen. Das weiße Trikot hat einen blauen Farbverlauf auf den Schulterblättern, um ein jugendliches Aussehen zu erzeugen, so heißt es zumindest. Die verzerrte Three Lions-Grafik auf den Schultern ist mit scharfen Winkeln überlagert, um auch nochmal Kratzspuren nachzubilden. Typisch Nike ist natürlich erstmal die ganze Geschichte mit dem Schulterbereich. Ich persönlich feiere das Design wirklich null, auch dieses hellblau-dunkelblau, der Verlauf, die Ärmelabschlüsse, ich feiere es null und deswegen ist es bei mir auch auf dem letzten Platz. Dicht gefolgt von Marokko. Ein roter Look unterscheidet natürlich die Farben des Landes und wird deshalb mit grünen und weißen Akzenten ergänzt. Puma hat rund um den Hals und Ärmel ebenfalls einen grünen Farbton gewählt, während Marokko auf Arabisch auf den Nacken des Trikots gedruckt ist. Und vor allen Dingen diese grünen Rechtecke sagen mir einfach so gar nicht zu. Grün-rot finde ich ist persönlich eh immer eine relativ schwierige Kombination, wenn man es eben zusammen macht. Und so in der Konstellation finde ich es wirklich überhaupt nicht schön. Die US-amerikanische Nationalmannschaft wird bei der Weltmeisterschaft Geschichte schreiben, denn die Nikes-Woosh werden zum ersten Mal überhaupt bei Fußballtrikots auf den Ärmeln zu sehen sein und nicht auf der Brust. Ein solcher Ansatz ist sonst eigentlich nur in der NFL üblich. Die Amerikaner versehen ihr Heimtrikot mit einem standardmäßigen Design in Rot, Weiß und Loyal im Blau. Und irgendwie wirkt es für mich erst einmal nicht wie ein Fußballtrikot, sondern es passt eher zu einer NFL-Mannschaft. Und keine Ahnung, auch dieser Schulterbereich hier wieder, es spricht mich einfach 0,0 an. Zum ersten Mal hat Portugal in seinem Heimtrikot ein Halb-und-Halb-Design gewählt. Dabei kommen Rot und Grün zum Vorschein. Klar, natürlich sind das die Farben, die eben auch Portugal auszeichnen. Goldene Logos bleiben wie schon zuvor an Ort und Stelle, womit Nike auch sein 25-jähriges Bestehen als Trikot-Ausrüster Portugals feiert. Aber schön ist meiner Meinung nach wirklich was anderes. Auf den ersten Blick hat ja Polen ein solides weißes Heimtrikot von Nike. Der typisch von Nike abgesetzte Schulterbereich hat aber hier eine subtile Streifengrafik, die das Nest und die Federn des weißen Adlers darstellen soll. An sich ist die Idee erst einmal ganz cool, irgendwie zumindest cool gewählt. Die Umsetzung aber halt nicht und deswegen macht es das einfach nicht schöner. Und somit haben wir hier Platz 26. Die Niederlande sind in einem anderen Orangeton als zuletzt zurück, denn ein Laser-Orange soll die Erinnerungen an die WM von 1998 wecken. Ein etwas dunklerer Farbton wird für eine All-Over-Grafik verwendet, die den Fell eines Löwens darstellt. Natürlich ist das erstmal eine sehr, sehr moderne Idee, die mich persönlich aber nicht abholt. Da fand ich die letzten Shirts von Holland oftmals wirklich schöner. Und deswegen landet es hier relativ weit hinten. Ähnlich wie Ghana, das werden wir gleich nochmal sehen, hat Senegal ein weißes Grundtrikot gewählt, welches mit den Farben der Nationalflagge aufgewertet wird. Ärmel und Kragen in Grün, Gelb, Rot findet man auch diese Farbkombi in dem auffälligen Block auf der Vorderseite wieder. Und das macht es irgendwie nicht wirklich schön. Klar, wenn du generell komplett weißes Trickot hast und dann diese drei Farben noch hineinkombinieren willst, dann gibt es jetzt nicht so viele Möglichkeiten. Aber dieser Block da vorne auf der Brust, ha, ne, einfach nein. Und die Gastgeber versuchen die Dinge einfach zu halten, wie man sieht bei Katar, wenn es um Trikotdesigns für eine Weltmeisterschaft geht. Die Heimnation wird nämlich ein Nike-Trikot tragen, das zentralisierte Logos und an den Ärmeln weiße Details aufweist, die von der Flagge des Landes inspiriert sind. Man hätte, finde ich, ruhig auch ein bisschen, zumindest ein bisschen kreativer sein können, wenn man denn schon mal bei einer WM dabei sein kann. Und deswegen landet sie bei mir auf Platz 23. Costa Rica macht es schlicht und klar. Das Heimtrikot besteht aus einem roten Grundton mit dicken blauen Bündchen und weißen Abschlüssen. Im Dezember 2021 wurde ein neues Nationalemblem eingeführt, das vom Wappen des Landes so ein bisschen inspiriert ist. Mit drei Vulkanen und mit einer goldenen Umrandung, die das Ziel verfolgt, die Mannschaften als die Elite des nationalen Fußballs hervorzuheben. So bei der offiziellen Vorstellung. Irgendwie ist das Trikot ganz schick, irgendwie aber halt auch langweilig und nichtssagend und somit hier im unteren Mittelfeld. Ein feuerspeiendes Design hat sich Adidas, wie man offiziell gehört hat, beim Heimtrikot von Wales ausgedacht. Sonst ist das Shirt relativ schlicht gehalten. Am Kragen finden sich grüne Akzente, während die Adidas Streifen im klassischen weiß bleiben. Das Muster, was hier ein bisschen mehr auffällt als vielleicht im Spiel selber, sagt mir nicht zu. Es gibt auch einfach hier in dem Ranking noch deutlich schönere Trikots, deswegen auf Platz 21. Kanada ist übrigens die einzige Mannschaft bei der WM 2022, die keinen neuen Satz Trikots herausbringen wird. Stattdessen wird das Land, das sich zum ersten Mal seit 1986 auf eine WM vorbereitet, an den Trikots der erfolgreichen Qualifikation festhalten. Das macht das Design natürlich nicht schlimmer. Es gibt für mich auch bessere, es gibt aber auch schlimmere. Mit rot-weißen Karos sind natürlich die Möglichkeiten begrenzt, aber Nike und Kroatien haben eine neue Version des legendären Designs herausgebracht. Auf der Vorderseite des Trikots ist nämlich mehr freigelassen worden, vor allem eben auch rund um das Logo. Die beiden Hauptfarben des Shirts werden dann noch mit blauen Akzenten kombiniert. Ja, Karos ist natürlich ein schrittiges Thema, ob man das jetzt mag oder nicht. Es passt aber natürlich einfach zu Kroatien, das ist einfach das, was zählt. Und am Ende muss man aber sagen, dass mir das klassische Karo-Design mehr gefällt, als hier, wo gefühlt wahllos Lücken gelassen werden. Deswegen habe ich mich hier für Platz 19 entschieden. Die Schweizer sind eine weitere Mannschaft, die sich beim Design vom Puma von legendären Trikots aus der Vergangenheit inspirieren lassen. Ein V-Kragen mit weißem Rand und gestreiften Mustern auf den Schultern ist nämlich hier der Hingucker. Natürlich passt das Trikot einfach zur Schweiz, kann man auf jeden Fall machen, ist ein solides Design. Und bei Belgien gibt es logischerweise wieder ein rot-schwarzes Shirt, doch die Flammen an den Ärmeln sind mal was ganz Neues. Die Grafiken haben einen leicht digitalisierten Look, während das Logo, oder während im Logo ein glänzendes Gold enthalten ist. Die Idee mit diesen Flammen, mit dem Feuer, das hat natürlich schon was. Frühere Trikots von Belgien haben mir aber trotzdem nochmal so einen Ticken besser gefallen. Und vorhin bei Senegal schon angerissen, auch Ghana hat diese Farbkombination mit dem weißen Shirt und Rot, Gelb und Grün. Und deswegen hat Ghana für die WM ein eher minimalistisches Design gewählt. Nachdem man nämlich beim letzten Heimtrikot durchgehend geometrische Muster bevorzugte, wird man 2022 wieder ganz in Weiß auftreten. Eben mit roten, gelben und grünen Akzenten, sondern mit einem traditionellen Stern in der Mitte der Brust. Es ist okay, nicht mehr, nicht weniger. Deswegen auch hier in der Mitte des Rankings. Spaniens zeitloses Rot beim Heimtrikot wird hier mit einigen einzigartigen Details aufgepeppt. Denn der modernisierte V-Kragen ist mit den Farben der Nationalflagge verziert und das Trikot weist eine gewebte Version des erneuerten Wappens auf. Genau dieser V-Kragen, der aber auch eigentlich gelobt wird von denen, die das Trikot beschrieben haben, sagt mir nicht wirklich zu. Das Muster, was wir auch noch bei anderen Trikots sehen, aber schon. Deswegen ist es ein gutes, solides Shirt. Japans WM-Trikot zeigt einen modernen Look. Das Grafikdesign ist von der dreibeinigen Krähe inspiriert, um Geschwindigkeit und die Kunst des Origami darzustellen. Das Trikot kombiniert mit einem traditionellen blauen und weißen Look und deswegen gefällt es mir, weil es auch einfach zu Japan passt. Hummel hat für Dänemark ein einzigartiges monochromes Design entworfen, das von einem berühmten Trikot der EM 1992 inspiriert wurde. Das Heimtrikot trägt die Aufschrift vor Danmark auf dem Innenkragen und überzeugt durch eine sehr, sehr cleane rote Optik. Sicherlich ist das erstmal prinzipiell modern, dann doch irgendwie auch alles in einer Farbe zu halten. Haben ja auch viele andere Vereine und auch Nationalmannschaften vor allem noch mit der Farbe Schwarz schon mal gerne getan. Teilweise wirkt es mir hier in der Zusammenstellung einen Ticken zu schlicht. Es sieht teilweise zu sehr nach irgendwie Trainingsshirt oder sowas aus. Aber irgendwie macht es halt auch dann im Spiel einiges her. Und somit landet es dann in Summe auf Platz 13. Ecuador hat ein neues Wappen, welches bei den WM-Trikots zum ersten Mal so richtig zu Geltung kommen wird. Das Design glänzt mit einem leuchtenden Gelb mit blauen und roten Akzenten. An den Ärmeln befindet sich ein subtiles Zickzack-Muster, das über die Vorderseite verläuft. Und ein Umriss der Karte Äquadors ziert zudem noch den Rücken. Das Zickzack-Muster ist jetzt nicht so zwingend meins. Hätte man da ein anderes gewählt, würde es mir nochmal deutlich besser gefallen. Aber ansonsten sieht es gut aus. Ähnlich wie viele andere Länder lässt sich Saudi-Arabien bei der Zusammenstellung von Trikot-Designs von seiner Nationalflagge inspirieren. Denn Grün und Weiß sind natürlich hier dann auch die Farben beim Heim-Trikot einschließlich eines Palmenblatt-Musters. Was mir auf jeden Fall ganz gut gefällt, was man nicht wirklich oft sieht und was dann auch wiederum echt was hermacht. Das Design von Südkoreas Heim-Trikot ist sehr raffiniert, wenn man da die Geschichte hinterhört. Denn das überwiegend rote Trikot mit schwarzem Rand ist nicht ganz so, wie es scheint. Zumindest nicht so, wenn man eben nur das reine Shirt sieht. Und deswegen, wenn man das Trikot erst in Gänze sieht, wird die große Idee von Nike deutlich. Denn die Dreiecke, die man hier zumindest an der rechten Seite unten sehen kann, sprich an der Seite des Trikots, verschmelzen mit einem Seitenteil an der Hose, um den Eindruck eines Schwadens zu erzeugen oder zu erwecken. Ein Homage an den Spitznamen Red Devils der südkoreanischen Fans. Das ist, finde ich, eine coole Idee, eine coole Umsetzung und auch ein cooles Trikot. Mir gefällt's. Serbien bleibt, wie gewohnt, bei einem roten Look, bei dem mal Puma einige stilvolle Goldverzierungen hinzugefügt hat. Das Design basiert auf dem Ultra-Rave-Template, während das neue Nationalmannschaftswappen der Nationen 2022 ebenfalls zum ersten Mal mit einem subtilen Kreuzmuster auf der Vorderseite und den Ärmeln des Trikots auftaucht. Mir gefallen hier vor allem noch die goldenen Akzente echt gut. Das ist ein schönes Trikot. Mexiko kehrt 2022 zu seinem altbewährten Look zurück. Das Zickzack-Design, bestehend aus verschlungenen Linien, ist hier die Besonderheit des Shirts. Es ist natürlich auch eine willkommene Rückkehr zum traditionellen grünen Heimtrikot, nachdem man sich zuvor für ein Design in schwarz und rosa sogar entschieden hatte. Und mir gefällt es irgendwie richtig, richtig gut. Deutschlands Trikot fällt natürlich mit einem sehr, sehr dicken vertikalen schwarzen Streifen auf, der dem ersten Trikot der Deutschen Nationalelf Tribut zollen soll. Es soll eine moderne Ära darstellen mit einer clean Ästhetik und goldenen Details auf dem Wappen und dem Adidas-Logo, die sich hier auch mal in der Mitte des Trikots befinden. Die Deutschlandfarben am Kragen runden dann nochmal den eleganten Look ab. Mir gefällt es und mir gefällt es vorhin noch deutlich besser als das EM-Trikot. Deswegen auch hier auf Platz 7. Und auch bei der 5. WM-Teilnahme von Australien finden wir natürlich die Farben Gelb und Grün wieder. Und die Idee hinter dem Design hier finde ich richtig cool. Man möchte nämlich der sandigen Landschaft und den Wäldern des Landes Anerkennung zeigen. Und deswegen finde ich, hat man genau das auch echt gut umgesetzt. Und das gefällt mir echt gut. Die Idee dahinter, die Umsetzung und eben auch das Aussehen am Ende. Das ist top und das ist deswegen Platz 6. Das vertraute Himmelblau steht natürlich bei Uruguays Heimtrikot im Fokus und wird mit einem weißen Kragen kombiniert. Die Logos von Puma sind auf Heimtrikot golden gehalten. Heutzutage sieht man ja Knöpfe am Kragen eher selten. Aber Uruguay hat sich dafür entschieden. Und auch deswegen finde ich es irgendwie echt schick. Es ist vielleicht teilweise sehr neutral gehalten. Aber allein dieser Kragen, die Ärmelabschlüsse werten das ganze Design nochmal auf. Es macht einfach was her mit einem sehr cleanen, klassischen Look. Und einen altbekannten Look aus weißem und babyblauem Farbschema haben wir natürlich auch bei Argentinien. Marienblaue Akzente auf dem Rücken. Ja, haben wir natürlich dann auch nochmal ein Design, was sich durch zwei mittig platzierte, dünnere Streifen fortsetzt. Runden das ganze Ding nochmal ab. Und im Nackenbereich des Shirts befindet sich zudem auch noch die argentinische Flagge. Es ist für mich ein schönes, klassisches Trikot. Und vor allen Dingen das Muster, was wir wie gesagt auch bei anderen Adidas Trikots schon gesehen haben, wertet es hier auch nochmal auf. Platz 3 und damit auf dem Podium, wenn man so will, landet Tunesien. Denn das Heimtrikot von Tunesiens Ausrüster Kappa ist überwiegend rot, hat aber weiße Abzeichen und Manschetten sowie eine dezente Druckgrafik. Und das Design auf der Vorderhalte des Trikots basiert auf der Rüstung von Hannibal, dem legendären karthagischen General, der als einer der größten Feldherren der Geschichte gilt. Hätte man hier das Design auch noch auf den Schultern durchgezogen, wäre es meiner Meinung nach perfekt. Aber auch so hat es was, weil es einfach mal anders ist und weil es sicherlich auch auffallen wird und deswegen auch vollkommen zu Recht Platz 3. Gelbe Trikots, blaue Hosen und weiße Stutzen. Bei Brasilien weiß man natürlich ganz genau, was man bekommt. Aber ein alter Klassiker kann ja auch mal ein bisschen angepasst werden. Und die Celisão hat deswegen auch ein dezent geprägtes Jaguar-Mustern in neues Trikot-Design eingearbeitet. Mir persönlich, ich glaube da streiten sich die Geister, aber mir persönlich sagt das Design auch echt zu. Ich finde es strahlt auch so ein bisschen Brasilien aus, warum auch immer. Und deswegen wird es hier bei mir Vize-Weltmeister. Und Weltmeister im vergangenen Wettbewerb wurde ja Frankreich und im Trikot-Ranking werden sie es dieses Jahr bei mir auf jeden Fall auch. Denn wir haben hier einen stylischen Look für den amtierenden Weltmeister. Denn bei dem Titelverteidiger Frankreich haben wir ein dunkelblaues Trikot mit goldenen Akzenten. Die dunkelblaue Farbe wird mit einem klassischen Kragen und einem dezenten Knopf kombiniert. Auf Ärmeln, Manschetten und Kragen findet sich ein Eichenlaubmuster wieder, das für Stärke, Zusammenhalt und Frieden steht, während die Landesflagge auch in die Ärmel eingearbeitet ist. Ich persönlich finde es richtig, richtig schick. Das ist top und das ist Platz 1. Und somit ist das mein Heim-Trikot-Ranking der WM 2022. Wie gesagt, es ist alles komplett mein eigener Geschmack. Und deswegen könnt ihr natürlich auch umso lieber mal gerne eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben, welches Trikot gefällt euch richtig gut, welches vielleicht aber auch nicht. Und habt ihr weitere Vorschläge für solche Rankings? Schreibt all das mal gerne in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und bleibt am Ball! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Untertitelung. BR 2018